Der Weihnachtsmarkt ist sehr schön. Mir gefällt er sehr gut, da er abwechslungsreich ist. Also auch die Buden, in den Buden selbst. Man kann viel kaufen, man kann viel schauen. Man kann, also wirklich, man kann alles sich sehr schön anschauen. Sie werden es kaum glauben, ich bin das erste Mal hier drauf und ich bin noch gar nicht rumgegangen. Aber das Stückchen, was ich gesehen habe, ist okay. Angeblich soll er ja nach Rehensarten besser dies Jahr sein als im vorigen Jahr. Im Allgemeinen gefällt mir das Kinderkarussell hier, was hier steht für die Kinder. Dass die Kinder sind ja doch etwas unruhig und möchten ja auch was erleben, das gefällt mir an und für sich am besten, muss ich sagen. Ansonsten ist alles sehr schön. Schöner Weihnachtsmarkt hier. Soll geschmeckt. Wir waren vorstelle, also die ist ja noch besser mit vorstelle. Ja, genau. Wir sind sehr zufrieden. Wir sind, darum kommen wir immer wieder. Wir nehmen gerne die 50 Kilometer im Kauf hier, um herzukommen. Ja, das stimmt. Wir waren in Wittenberg, da waren kein, wo man sich mal unterstellen konnten und das ist hier wirklich, das ist hier wunderbar. Also wir sind zufrieden.